Ok... Fangen wir an! Oh mein Gott, hör auf, hör auf! So Leute, hallo zusammen! Wir sind bei einer neuen Minecraft Adventure Map, die heißt... Kuras The Island 2 Mit... 1, 2, 3, Big Dodo! Und... Seeker 1 oder hier einfach nur Seeker 1 Äh... Ja, Sascha, also ich nenne ihn einfach Sascha und ihm Dodo, sind neu von der Partie... Ok, ich bin nicht so neu, ich hab ja schon zwei Dread Ja, aber Sascha ist komplett neu, der Loser ist noch Spaß Wir haben die VWP an Das heißt, es gibt jede Menge Spaß Der... Der Map-Download wird in der Videobeschreibung sein, genau wie das Text-Pack und die zwei Kanäle von den beiden Äh, und kurz zu der Geschichte, also... Kuras The Island 2 Das war Dodo Sascha! Ja, Sascha! Ich meine sehr ernst, jetzt ohne Schein Ja, Sascha! Die Diamant-Spiel-Tacke kann das retten Und deshalb müssen wir bei mehreren Stationen drei Diamanten finden Und zwei Sticks, damit wir uns gebrafen können, das Portal zerstören können und damit wir Superhelden sind Tja! Und ich hoffe, ihr habt das Skype jetzt nicht gehört, weil wer auch immer bis heute mit den Arsch tut Ok, dann... Ja, ok Ja, ok Äh... Hier ist auch nur was Ja, hier ist ein Kompass drin Nimm den wer will Ok, ähm... Ein Steinschwert Ein Steinschwert für den Dieb Ja, das kann... Für die Kategorien, das sagen wir euch gleich, wenn wir unten sind, denn wir sind alle unterschiedliche Kategorien Naja, das sagt man dann... Ja, so unterschiedliche Klassen, wie in WoW oder AAN oder Star Wars of the Republic Das ist so sass! Fail Du liegst halt jetzt immer rum Ok Nein, was mal Hey, Lukas, tippe mich kurz, einmal Das ist so sass! Das war jetzt so ein Fail Das ist sass! Äh, für den Krieger hier, dein Stein... Stein Axt Dodo Hier, für dich Ja, ich nehm Krieger, weißt Ey, ich hab das Holzschwert und die Goldfeldhacke, die darf niemand mehr gehen Ok, der hat jetzt ein Brot Dann lass uns... sorry Dann lass uns jetzt mal loslegen Die Brücke rüber Ich hab... ich hab genau gesehen, was du machen wolltest Was to crass Ok, los geht's Jetzt noch, wenn du zum Creepo kommst Creepo Sascha behält dich mal Ich... hasse Du bist jetzt echt rundigst H-h-h-h H-h-h-h Ich hab das Herzschlade Mein Gott, ich hab das Ich hab das Ich hab das Ich hab das Ja, ich hab das 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 Das Wirke Das Diebertätig ist Wirkfrei Hust Wenn Wendeltrepe Also Tschüss Dann mal Jungs Du wie willst Ich hab das In der Tour sind ein paar Boote drin. Man ist schneller da drüben, wenn man läuft. Süß, jetzt läuft das Boot ohne mich. Oh mein Gott, wie viele Schlimes. Gott. Euch die Schlämebälle wegschmeißen. Dodo, krieg ich meine Sachen wieder? Er hört dir dein Schwert und dein Brötchen. Also, ich erkläre euch jetzt kurz... Oh, Stille. Dankeschön. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, was ich will. Also, ich bin der Bogenschütze. Ich darf Bogen und Pfeil haben, aber dafür nur Holzschwert und Lederrüstung. Dann, Sascha, was? Du? Ich bin der Rogue, also... Ja, die, oder Moichmörder, oder was auch immer. Ähm, ich darf nur Kettenhänden, alle Arten von Schwertern und Lederrüstung haben. Ja, und ich bin der Knight. Also, ich darf halt alle Äxte haben und alle Rüstungen. Also bin ich sozusagen der Starkste. Ja, Krieger. Also, Tank nennt man das. Gut, jetzt hab ich zwei Heutzschwerte dafür in Pfeile. Also... Ja, ich bin Damage-Dieler. Jetzt hab ich's vergessen zu nehmen, mein Bincher. So. Ey! Okay. Sascha, hör auf! Vor allem, weil ich Bogen nehmen darf. Okay, also, erste Station wird dieses Dorf da sein. Das sollen wir uns mal umsehen. Das sieht nicht stylish aus. Ja, das sieht echt gut aus. Aber mit meinem Texte-Pack ist die Ketten, das du noch nicht. Naja, egal. Welches hast du? John Smith. Ich auch, da sieht dein... Da sieht's mit deinem Skin so geil aus. Oh, ich hab's gar... Egal. Jetzt durchsuchen wir mal die Häuser hier, das Dorf. Da dürfen wir Freizeit suchen, jeder geht... Ach, jeder geht nur anders raus. Welcome to Grayshaw Village. Sascha, fall nicht in den Brunnen rein. Ähm, wenn ihr was findet, nehmt alles ein, zum Schluss teilen wir es auf. Also egal, was ihr findet, nehmt alles zum Schluss... Ach, du warte, du bist hier. Zum Schluss teilen wir es dann auf, jeder das, was wir nehmen da. Ähm, der Heider ist die vierte Klasse, die haben wir jetzt ausgelassen. Die... So, mal die Items dann wegschmeißen. Ja, die schmeißen dann weg. Also, es gibt... Oder lassen wir es drin. Krieger, Dieb und Heiler, aber Heiler ist jetzt nicht dabei. Ja, Kuchen ist Heiler. Ja, Kuchen. Äh, aber Essen dürfen wir nehmen, von dem her. Äh, achso. Ich würde da haben jetzt. Lukas, ich hab hier Peile für dich. Ja, jetzt. Ja, das teilen wir alles nachher auf. Oh mein Gott. Scheiß. Enderman! Enderman! Oh Mann! Da fag ich doch was zu Freizeit. Hey. Und... Ja, jetzt kommisch. Episoden wollte von uns zu dünn, dann gib einen Daumen hoch, denn... Und abonnieren, kommentieren, Facebook-Liten, Twitter folgen, 10 Accounts machen. Das, das reicht. Darf ich Schweineken, 10 Accounts haben? Ja, Herr Tutorial. Ja, äh, wie's Kill, ich weiß nicht. Ja, schlimm. Ja, der Gute, ich weiß, ist immer nur gut. Also soll man es mal aufteilen. Warte, ich kill noch hier. Warte, ich glaub im Brunnen... Evacuation, ob es ist? Ah, cool, hier ist ein Geheimversteck, warte, ihr müsst nicht runtergehen. Holy shit, oder ihr müsst ihr hier runter? Nein. Hab was zu sehen, ich meinst du sonst? Darum hab ich gesagt, Sascha fallen nicht in Brunnen rein. Oh, oh, oh. Alter, sieben goldene Äpfel, nice. Jeder kriegt zwei und einen schmeißen wir weg. Also, wir schmeißen immer das halt dann weg, damit es gleich wird. Sonst, das ist unfair. Also... Okay, also fuck, ich komm nicht mehr raus. Okay. Hör. Nein, Spaß. Sascha, warum... Ich hab dich nicht geschlagen. Jetzt Sascha kommt. Bitte lieg nicht. Also, gib jetzt mal alles Sachen, die mir gehören. Ich hab sowieso nur Pfeile eigentlich. Also, warte, ich hab vier Brot. Fällig. Okay, ich hab nur Pfeile oder Heutschwert. Oder Lederrüstung, mehr nicht. Hier kriegst du ein Brot, du kriegst auch ein Brot. Und einen schmeiß ich weg. Krass. Sascha. Eins, achso, eins schmeißt du weg. Okay. Ähm, dann... Dann hab ich nur zwei Kiwis Fleisch. Sag ich die beide wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Kiwi. Und dann zwei Kuchen und ne Goldfeldtage. Ich hab auch noch ein Kiwis Fleisch spiel. Und der Kuchen... Jetzt, warte mal, jetzt gib mal... Ich schmeiß Kuchen auf, ich hab nur zwei. Okay, dann... ...alle für Sascha, also alle Rüstungen in ihm geben. Und... Nein, warte, Sascha ist ja der Dieb. Nur Lederrüstung und Ketten. Gib mal das wieder zurück. Er darf nur alle Schwerter, also wenn ihr irgendwelche Schwerter habt, gebt sie ihm. Und wenn irgendeiner ne Axt hat, dann... Die Kuchen schaut dich blöd an. Dann töte sie. Okay. Hier Sascha, ich schenke dir zwei Sachen. Ja, hier ist ein Goldfeldhacke, äh Spitzhacke, das Ding. Okay, ein Brotgleich, eine goldene Gamaschen. Äh, Kettenhose, das wär dann... Das wär dann Dodo, der darf nämlich alles... Ne, Kettenhose ist ja Sascha, der braucht Ketten. Ah, der hat sie schon. Ich geb dir mal alle Rüstungen, Dodo, weil du bist hier der Rüstungshaini. Dankeschön. Ja, und ich bin jetzt ein Packies, oder was? Ja, ich hab's für ihm alles gegeben. Ne, wie, kein Sam. Zwei Samen. Okay, weiter geht's. Also, das Grundprinzip der Map ist immer dem... Ach, hier sind die ganzen Rüstungen aus. Ja, das Grundprinzip der Map ist immer dem... Fahrtfolgen aus Capstone, also hier lang. Eisner Rüstung ist besser als Ketten, gell, ja. Also, im Grunde genommen, Dodo alle Rüstungen und Echse, Sascha alle Schwerter und mir alle Pfeile. Also, ich bin... Du hast doch Goldäpfel gehabt. Ah, ja, ja, danke, dass mir das gesagt hast, ey. Okay, für... Muss auch nämlich ein bisschen was. Ah, zwei, für... Okay, du hast ja schon. Whoa, what the fuck. Da krieg ich mich rein, was von? Komm, du Schleim. Hey, wo ist denn der Rütter? Hey, wo ist denn der Rütter? What the fuck? Dodo, du bist der Tank, so nennt man das. Oh, 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 oh mein Gott, ich muss den auch mehr essen. Äh, beschützen, das heißt vorn, denn weil du hast die beste Rüstung. Ja, ich komm. Das ist ein... Das ist ein... was er die die weiter die 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 die